Die Drachen waren schon immer hier. Sie schliefen unter der Erde, in den Tiefen des Meeres. Sie warteten darauf, sich zu erheben. Vor hundert Jahren erhob sich auf Befehl eines Drachens das versunkene Reich Orr aus dem Meer. Ein Drache, dessen Name in den Legenden der Zwerge zu finden ist. Ein Drache mit dem Namen Seitan. Seine seelenlosen Armeen strömten aus dem Wasser und hungerten nach Zerstörung. Unsere Ahnen kämpften gegen jene Flut. Doch Seitans Macht war zu groß. Wir zogen unsere Lehren aus jenen Niederlagen. Wir lernten, dass kein Volk allein dagegen kämpfen und siegreich sein kann. Alle fünf Rassen müssen gegen ihre Feinde zusammenstehen und sich niemals geschlagen geben. Eine Zeit voller Gefahren. Ruhmreiche Helden kommen zusammen. Entdecken neue Magie. Neue Technologien, die unsere Welt retten werden. Es ist Zeit, dass Legenden wahr werden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik Dies ist die Zeit der Helden. Erfülle dein Schicksal. Schmiede deine eigene Legende. Erfülle dein Schicksal. Schmiede deine eigene Legende. Erfülle dein Schicksal. Schmiede deine eigene Legende.